Bei ihrer Teilnahme am Spaziergang am Sonntag nahmen sie ein Bad in der Menge. Ohne Abstand oder FFP2-Masken, so der Vorwurf. Videomaterial dieser Szenen wird nun ausgewertet. Laut Österreich-Informationen wird das zu Anzeigen gegen die drei FPÖ-Abgeordneten Christian Hafenecker, Dagmar Belakowitsch und Petra Steger führen. Allerdings, die Abgeordneten sind in ihrer politischen Tätigkeit immun. Über eine Auslieferung entscheidet der Nationalrat. Die Demo könnte für die FPÖ allerdings noch weitere Folgen haben. Ein Video eines illegalen Drohnenflugs über die Innenstadt wurde auf der freiheitlichen Website geteilt und das wird ebenfalls zu einer Anzeige führen. Laut FPÖ wurde das Video der Partei zugespielt. 10.000 Menschen marschierten am Sonntag bei einer illegalen Corona-Demo in Wien auf. Unter anderem Rechtsextreme wie Gottfried Küssl und Martin Sellner. Impfgegner, Esoteriker, aber auch normale Familien waren am Wiener Ring mit dabei. Die Sache lief aus dem Ruder. Beschäftigen wird es Gerichte und Polizeibehörden aber noch länger. Während der Demo kam es mehrfach zu Widerstand gegen die Polizei. Laut Innenministerium zogen sich fünf Polizeibeamte Verletzungen zu. Elf Personen wurden festgenommen. 1.766 Anzeigen hat es gehagelt. Vor allem wegen Verstößen gegen die Corona-Hygieneverordnung. Der Organisator der Demo, Martin Rutter, wurde ebenfalls festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, einen Polizisten in den Rücken getreten zu haben. Es gilt selbstverständlich die Unschuldsvermutung. Nach seiner Entlassung beschwerte er sich, Beamte hätten ihm sein Handy weggenommen. Das ist nicht die einzige Kritik am Verhalten der Polizei. Die grüne Nationalratsabgeordnete Barbara Nessler zeigt Unverständnis für das milde Eingreifen der Polizei, die auf die Eskalation setzte. Aus der Polizeigewerkschaft heißt es dazu, man hätte alles das getan, was zu machen wäre, im Angesicht der aktuellen Corona-Zahlen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017